Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge PlayerUnknown's BeattyGround Wir haben keinen Mitspieler Ich will einen Mitspieler Wir haben uns Ja, jetzt werde ich gleich zeigen Ja, wir haben ja keinen Mitspieler Ist ja kacke Ja Ähm Ich hoffe, jetzt haben wir einen Mitspieler Ich wollte nur sagen Wir haben, also wenn ihr diese Folge Seht, habe ich eben gerade Ähm Mir Schuhe, äh Ja, im Aktienkauf gewonnen Und äh Im Regen ist auch kacke Und ich habe aber auch keinen Mitspieler Also werde ich euch gleich zeigen Und noch einen Tanktop, also Wie gesagt Eigentlich ganz gut gemacht Wie gesagt, das mit dem Markt Ist eigentlich voll geil Also wie gesagt Widerhole dieses Wort Echt viel zu oft Ähm Sieht ihr gerade, ich habe die Schuhe erwirtschaftet Für 64 Cent Ich hätte es für 62 Cent bekommen können Aber Ich dachte so Äh Ne, 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 ne Es ist zu viel Warte ich noch Nein Dann war es wieder 72 Dann äh War das Sehr lange 72 Und jetzt eben halt War einmal ganz schnell Für 5 Sekunden auf 64 Habe ich mir gegönnt dann Hat aber lange gedauert 5 Minuten oder so Und ähm Ja Dann haben wir eben halt dieses Tanktop noch Für 5 Cent bekommen Weil Tanktop geil ist Eine Hose habe ich jetzt noch nicht Aber Hotpants kostet viel zu viel Sag ich Und äh Oder so ein Rock Irgendwie sowas Ist viel zu viel Also Hallo 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 Where are you from? I'm from Germany Ich bin, du? China 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 Ja Konnichiwa Ni hao Kailan Ni hao Bonjour o So Vielleicht haben wir ja wieder Glück Ganz gut Wir haben 3 Boote, Alter Seid die Bescheid Was haben wir mit dem ganzen Booten? Nichts Bin ein bisschen krank Also nicht wundern Ja, ist klar Shotgun? Nö, ja Shotgun Aber die S12K, die ist wirklich selten geworden, oder? Also die, äh, Shotgun Also eine Kopfbedeckung wirklich zu kaufen, macht keinen Sinn Meiner Meinung nach, weil Du brauchst ja einen Helm Und dann legt jemand, wie gesagt, die Scheiße ab Jetzt haben wir mal wieder nichts Nur eine blöde Kack-Shotgun Wow Hier ist ja wirklich nichts Also für mich eben halt nicht Ich denke mal, mein Spieler hat hier mehr Erfolg Sehe ich Für mich ist das ich habe wenn er jetzt tragen will warum nehm ich die Moni mit Do you need a backpack? Nö No, I need a screw screw I have two shotgun We need a weapon and munition Munition Allah Man, 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 man soll Hey, keine Pistole Hm, doch lieber ist jetzt gar nichts kann man nicht noch hier nein das ist nicht so ein haus schade Hunger. Meine Fresse noch mal. Vielleicht Muni. Nee. 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 Nichts. Together, together. Alles klar. Eines Tages lebte. Help me Erschreck mich doch nicht Ab 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 in sein Fertig Auf ab federal stays Was macht er? Behind us, behind us. Was macht er? 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 Right side. Yes, behind this. Was macht er? Was macht er? Was macht er? Was macht er? Right side. Was macht er? 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 Das war's für heute. Ja, der kommt eben halt jetzt gar nicht. Aber naja. Aber mein Freund hatte doch, äh, Dings hier. Hatte er nicht, er hatte doch irgendwo ein Motorrad. Er hatte doch... Das ist hier, ähm... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Motorrad ist kacke. Nicht nur, dass du... Ausgeschossen werden kannst. Sondern, äh, allgemein. Hallo, lauf da. Hallo, Mama. Hallo, Mama. Komm, 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 komm. Wo ist die Zone denn? Oh, die geht so weit. Kein Bock. Ich hasse es. Offenes Feld, hasse ich. Ist jetzt nicht wirklich... Mega offen. Aber ist schon sehr, 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 sehr weit drauf. Ist jetzt nicht mein Kopf. Oh, paar Meter. Steig? Wirklich? Es wird wieder leer gemacht. ically values Tonight. Ich hangingged towel. Bis zumachen, wenn wir mal wieder orochen specifically haben. Ist es recht? IchLatze? Bis zumachen. Töger Táumen, Katten? Vielen Dank. Ich hoffe ehrlich, dass keiner hinter uns ist. Ich weiß, linke Seite. Das ist gerade mal zweite Zone. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Wie gesagt, die können immer noch aus der Zone kommen. Ich habe Angst. 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 Okay. und wir haben nur verbannt ich habe jetzt keinen bock zu sterben und wir haben nur noch ein paar Vielen Dank. du Hurensohn wir haben zwei gekillt und unser Team Rang ist 5 wir sind in die Top 10 gekommen ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend ciao ciao wir sehen uns bei einer neuen Folge PAP Tschüss